In dem heutigen Video geht es darum, dass wir uns anschauen, was mit dem Bitcoin über die Nacht los war, dass wir mit dem Preis gedroppt sind, wohin die Reise die nächsten Stunden und Tage gehen könnte, was uns erwarten könnte mit dem Bitcoin und außerdem schauen wir uns auch den Ethereum US Dollar Chart an. Wir schauen uns da auch an, wie es momentan aussieht, wohin die Reise gehen könnte, also bleibt bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, unterstützt meinen Channel, liked dieses Video, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel um die neuesten Updates. Heute schauen wir uns an, wo es kurzfristig mit dem Bitcoin hingehen könnte. In meinem gestrigen Video haben wir uns auch angeschaut, wie es langfristig mit dem Bitcoin aussieht. Also wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr auf das gestrige Video klicken und dies euch noch anschauen. Momentan sind wir wieder mal auf dem 4-stündigen Bitcoin US Dollar Chart und wir sehen hier an diesem Punkt, wie wir mit dem Preis über die Nacht runter gedroppt sind, bis auf ca. 55.526 US Dollar. Ich hatte euch ja gesagt, wir hatten gestern ein Symmetrical Triangle gebildet, was aber nach oben hin kurz mit einem Fake Breakout ausgebrochen ist und daraufhin sind wir mit dem Preis so stark gecrashed. Der Grund dafür war auch, dass wir ein sehr niedriges Volumen hatten hier. Und ich hatte euch ja auch gesagt, sollten wir hier unsere gelbe Linie als Support halten können, wäre das ein sehr bullisches Szenario, dass wir mit dem Preis wieder bouncen nach oben hin. Das war aber nicht der Fall. Ihr seht hier, wie wir mit dem Preis unter unseren Support gefallen sind. Und das war auch darauf zurückzuführen, dass wir hier ein niedriges Volumen hatten. Und wie wir auch hier sehen können, als der RSI die 50er Linie nach unten hin durchquert hat, war das genau der Punkt, wo wir mit dem Preis weiter gefallen sind. Das heißt, sollte unser RSI immer unter 50 liegen, fallen wir wahrscheinlich mit dem Preis. Wenn unser RSI über 50 liegt und die 50er Marke nach oben hin durchbricht, werden wir mit dem Preis steigen. Und dies ist ein weiteres bullisches Signal. Aber schauen wir uns jetzt hier an. Ich hatte euch ja schon im gestrigen Video hier diese grüne Trendlinie von unserem Aufwärtstrend aufgezeichnet. Und wie wir hier sehen können, sind wir hier mit dem Preis gefallen, kurz unter unsere Trendlinie, haben es aber geschafft, hier durch einen Aufkauf, das war auch ein sehr gutes Zeichen für einen Support, dass hier die 4 Stunden Kerze sofort wieder aufgekauft wurde und befinden uns momentan über unserer Trendlinie weiterhin. Deshalb mache ich mir da nicht so starke Sorgen, dass wir mit dem Preis weiter fallen werden. Wichtig ist es aber, dass wir hier weiterhin unsere Trendlinie als Support weiter beibehalten. Ihr seht hier, wir hatten hier immer einen Support bei unserer gelben Trendlinie und hier haben wir den Support auch nochmal bestätigt. Das heißt, sollten wir hier mit dem Preis weiterhin hochgehen und unsere Trendlinie weiterhin nach oben befolgen, würden wir mit dem Preis weiter steigen. Aber was auch ein wichtiger Faktor ist, dass wir mit dem RSI Level wieder über 50 kommen, damit wir eine Bestätigung haben, dass wir wieder bullish sind. Außerdem haben wir hier, wie wir sehen, ein Ascending Triangle geformt. Das heißt, sollten wir hier weiterhin in unserem Triangle weiterhin bleiben und nach oben hin ausbrechen, hätten wir ein sehr schönes Preisziel nach oben. Dies zeige ich euch einmal. Wenn wir hier vom höchsten Punkt hier runterziehen einmal, das heißt, sollten wir zum Beispiel hier aus unserem Triangle nach oben hin ausbrechen, wäre unser Preisziel bei 64.784 US-Dollar. Sollten wir aber aus unserem Triangle, was auch gleichzeitig unsere Trendlinie auf dem 4-stündigen Chart wäre, nach unten hin ausbrechen, können wir sehr schön sehen, dass unser Support hier bei ca. unserem Support, was wir hier auch seit Wochen markiert hatten, von 53.500 bis 53.200 US-Dollar liegen würde. Also bleibt es hier spannend, wie wir da weiterhin verfahren werden, ob wir mit dem Preis aus unserem Triangle nach unten hin ausbrechen oder ob wir mit dem Preis über unser Triangle ausbrechen. Für den Ausbruch nach oben hin bräuchten wir auf jeden Fall ein höheres Volumen. Momentan ist das Volumen nicht so hoch, damit wir da weiter mit dem Preis steigen könnten. Außerdem sehe ich auch hier nochmal eine Resistance, die hatten wir ja schon mal mehrmals angetestet. Sollten wir hier nach oben hin ausbrechen mit einem schönen Volumen und hier über diese Linie kommen, denke ich, dass wir uns in Richtung 64.000 US-Dollar weiter fortbewegen könnten und ein neues All-Time-High erreichen könnten. Aber ziehen wir jetzt noch unser Fib-Retracement-Level hier von unserem Swing-Low zu unserem nächsten Swing-High, so können wir auch sehr schön sehen, dass unser 6.18er Fib-Level unser Golden Pocket als Top-Support hier gedient hat und wir genau an unserem Golden Pocket nach oben hin wieder gebaunt sind. Das war auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass wir da einen starken Support bei 55.800 US-Dollar hatten. Momentan sind wir auch wieder rüber über unser 0,5er Fib-Level und da bleibt es jetzt abzuerwarten, ob wir weiterhin unsere Trendlinie nach oben hin halten können. Wenn ja, wird der Preis meiner Meinung nach steigen, sollten wir aber aus unserer Trendlinie nach unten hin ausbrechen, denke ich, dass wir mit dem Preis weiter fallen werden. Schauen wir uns jetzt noch Ethereum auf dem 4-stündigen Chart an, können wir immer noch sehen, dass wir uns in einer relativ konstanten Seitwärtsbewegung befinden. Was hier auch wichtig ist, ich hatte euch ja hier bei 1.838 US-Dollar unseren großen Widerstand markiert und wie ihr hier sehen könnt, sind wir immer wieder an unserem Widerstand abgeprallt. Hier sind wir kurz über unser Widerstand gekommen, sind aber mit dem Preis wieder gefallen. Hier befindet sich auch unser RSI-Level momentan unter 50 noch, es bleibt abzuerwarten, wie wir hier weiter verlaufen, aber hier könnt ihr auch sehen an unserem Ascending Channel, dass wir kurzfristig gesehen uns immer noch in einem Aufwärtstrend bewegen. Und warum wir uns hier in einem Aufwärtstrend bewegen, zeige ich euch einmal. Wir haben hier, hier und hier jeweils höhere Hochs geformt. Und wenn wir auch hier schauen, hier, hier und hier, auch der Dump heute Nacht nach unten, haben wir ein höheres Tief als davor geformt. Und dies ist für mich ein Zeichen, dass wir uns immer noch in einem Aufwärtstrend bewegen, auch wenn es ein kleiner Rücksetzer war. Und ganz wichtig, ich hatte euch immer gesagt, wenn wir mit dem Preis steigen, kann es immer wieder zu Shakeouts kommen. Das heißt, es kann immer wieder dazu kommen, auch wenn wir Bullish eingestellt sind, dass es zu Korrekturen von 5 bis 10% kurzfristig kommt. Das ist ganz normal in einem so volatilen Markt wie der Kryptomarkt. Da müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und momentan würde ich es nicht empfehlen, Long Position zu setzen, auch nicht Short Position, da man nicht vorhersehen kann, aufgrund der fehlenden Bestätigung, wo wir mit dem Preis weiterhin hingehen. Ich denke, hier sollten wir jetzt über unsere 1838 US-Dollar kommen und diese Marke, den wir als Widerstand hatten, schön als Support antesten und da wieder bouncen, wäre das für mich eine Bestätigung für eine Long Position. Sollten wir aber mit dem Preis weiterhin hier unter unseren Widerstand von 1678 Dollar fallen, wäre das für mich eine Bestätigung für eine Short Position. Also wenn wir uns hier immer dazwischen bewegen, sind wir in einem Seitwärtstrend, da müssen wir halt auf unseren Widerstand bei 1838 US-Dollar sehr Acht drauf geben und auf unseren Support bei 1678 US-Dollar. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, um meinen Channel weiterhin zu supporten. Wie gesagt, ich versuche hier euch jeden Tag freien, kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen, was euch einen Mehrwert bietet. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bleibt alle gesund und bis morgen.